ein herzliches willkommen zum taroskop mit ella wir sind bei der liebeslegung für den juli wir machen da ein paar extras mit rein und wir schauen mal was der juli der monat in dem das sonnenzeichen krebs vor allen dingen präsent ist was der monat zu bieten hat schau dir jetzt an wie das für deine sternzeichen ist die karten wie gesagt sind auf der webseite www.ella-taroskop.de bestellbar aber natürlich auch über die üblichen quellen wie amazon oder ähnliches viel spaß dabei ein herzliches willkommen liebe jungfrau zur taroskop legung mit ella für den monat juli in sachen liebe wir wollen erst mal so ein bisschen astrologisch schauen was im monat juli für dich als jungfrau so drin ist wir haben jupiter an deiner seite wie ein schutzengel und zwar vom 17 juli bis 7 august denk dran merko ist rückläufig bis 12 kommunikation schwierig aber jupiter ist ab 17 juli auf deiner seite und an deiner seite so saturn im nachbarzeichen nicht nachbarzeichen aber schwesternzeichen steinbock hilft dir natürlich auch die dinge zu bewältigen es ist deine energie positive entwicklung im familiären im persönlichen bereich uranus hilft dir die dinge umzusetzen auch erfolge zu verzeichnen dran zu bleiben ja ja ich denke dass du da einige unterstützung bekommst dann haben wir wieder neptun der manchmal so ein bisschen die sinne verschleiert und auch während der rückläufigkeit vom 23 juni bis 29 november intensiv auf dich einwirkt und auch vom 18 juli bis 7 august da ist halt wieder jupiter an deiner seite also da warst du dann nicht die große panik zu haben aber neptun ist halt verschleiert so ein bisschen die realität man sieht das vielleicht besser als es ist da muss man ein bisschen aufpassen gesundheitlich und beruflich das ist halt alles so frische lebensenergie auch in beziehungen mit pluto dann haben wir einen kritischen maß der jetzt auch ab 28 juni im widder steht der dich aber kaum beeinflusst das bedeutet aber du bekommst auch da von der seite keine große kraft zugeschüttet sozusagen venus ist launisch und ja venus im krebs wird besser ab august aber im juli ist sie halt im ist sie halt sehr launisch und ich denke mal in den fischen und so weiter hat sie dir jetzt nicht so viel gebracht das kommt erst wie gesagt im august merko ist rückläufig haben wir ja schon gehört und da eignet es sich halt alten streit zu bereinigen und ich denke mal dass du da eher planst als handelst der juli wird relativ entspannt ja man könnte da ja die zeit nutzen um eben in urlaub zu fahren wenn möglich und es gilt allerdings in sachen beziehungen eine entscheidung zu fällen astrologisch und sich am 27 juli möglichst nicht hinters licht führen zu lassen je nachdem was das dann betrifft bei dir wir haben jetzt wie gesagt die sonne auch im krebs das ist sehr gefühlvoll sehr familiär und ja vielleicht gibt es da einige dinge die noch geklärt werden müssen in bezug auf familie oder eben partnerschaft oder nahes umfeld wir schauen uns jetzt mal mit den karten an was für dich im juli relevant ist was dein thema du solltest in sachen beziehungen aufpassen dass du dich nicht verausgabst wir haben bei dir eine menge geduld ja das ist ja auch okay das ist deine energie die erdenergie bei deinem gegenüber haben wir die transformation die veränderung das kann gut sein das kann nicht so gut sein das schauen wir uns gleich an allerdings sieht es ja so aus als ob sich in beziehungen was tut was verändert ja ihr harmonisiert mit den ziehen der kirche also liebe ist da gar keine frage müssen halt schauen was sich verändert worauf du achten solltest ist die fünf der kirche das sind die dinge die du vielleicht bedauerst oder auch dein gegenüber oder was ihr gemeinsam bedauert oder wenn du single bist was du in bezug auf beziehungen bedauerst was du vielleicht verpasst hast du bist dran du kümmerst dich darum ja mit leidenschaft auch und wir wollen mal schauen was der ratschlag ist du sollst die situation beurteilen wie sie ist in beziehungen wir also realistisch nicht jetzt schön gefärbt oder auch nicht negativ belastet sondern so wie sie tatsächlich ist objektiv ausgang ist die vier der kirche du bist nicht ganz zufrieden mit dem was sich dir da zeigt gut wenn es was zu verbessern gibt dann musst du natürlich mit deinem gegenüber sprechen oder wenn du single bist muss natürlich das entsprechende verändern um die dinge ins lot zu bringen für dich wir schauen mal die neuen der stäbe die sieben der schwerter es geht um dinge die möglicherweise nicht angesprochen wurden dinge die unter den teppich gekehrt wurden oder was man eben nicht gesagt hat oder nicht getan hat wir haben den wettbewerb hier mit den fünf der stäbe das ist natürlich nicht so schön wenn du mit deinem gegenüber in den wettbewerb gehst ja dann benutzt man seine ellbogen und versucht irgendwie herauszufinden oder klarzustellen wer der stärkere ist wir haben das gericht bei deinem gegenüber auch dein gegenüber beurteilt die situation nach seinen oder ihren gesichtspunkten die zehn der kirche das ass der schwerter es ist zeit über gefühle zu sprechen über die dinge die wichtig sind über das wie es weitergehen soll darüber wie man sich dabei fühlt und ich glaube auch was man verändern sollte und da geht es um klarheit und wahrheit und nicht mit den sieben der schwerter etwas hinterm berg zu verstecken oder nicht zu äußern es gilt wirklich tacheles zu reden man kann ja auch liebevoll klarheit reden so fünf der münzen ist das was man bedauert drei kirche sind umgefallen zwei stehen noch mit den zwei kirchenkammern arbeiten und da gilt es sich einzusetzen und zwar auf beiden seiten wenn man das möchte natürlich wenn du single bist musst du dich auch darum kümmern dass du eben kein single mehr bleibst ja wir haben hier das gericht und da haben wir die zwei der münzen es gilt dinge auszupendeln also so in ein gutes maß zu bringen nicht dass der eine mehr zu sagen hat als der andere sondern dass man sich möglichst auf augenhöhe begegnet wir haben den ritter der schwerter da ist sehr viel unzufriedenheit drin ritter der schwerter das ist auch dass man eben denkt man hat eine chance verpasst oder man hat vielleicht was falsch gemacht oder so es gibt dabei nichts was man falsch machen kann im sinne von liebe wenn man liebt dann liebt man oder wenn man eine beziehung hat dann versucht man natürlich die dinge zu bereinigen die nicht optimal laufen und im juli ist ja familie auch sehr groß geschrieben wir haben die krebsenergie und es gilt ein bisschen an den dingen zu arbeiten und ich denke das wird dir auch nicht schwerfallen du bist sag ich mal als sternzeichen nicht der große gefühlsmensch das fällt dir schwer diese gefühle zu zeigen aber es ist natürlich wichtig zumindest deinem gegenüber zu zeigen dass du dran bleibst dass es dir wichtig ist ja und wir haben als uralke karte die schatzinsel schauen wir uns das mal an was das im beziehungs ja vielleicht solltest du den schatz in dir bergen also herausfinden was dir so wichtig ist deinen gefühlen auch mal ausdruck zu verleihen vielleicht auch gar in worte wir schauen mal die grundbedeutung ist durch das gesetz der anziehung werden träume war positives denken zeitigt ergebnisse unbemüht sich einstellende fülle finanzieller gewinn und geteiltes glück ok beziehungsbotschaft mit deiner partnerschaft hältst du ein schatz in händen der dir mehr gibt als du brauchst auch wenn du das jetzt vielleicht nicht sehen kannst wie lange diese verbindung auch schon bestehen mag ihr findet immer wieder edelsteine der eigenen und gegenseitigen wertschätzung auf eurem gemeinsamen weg dies ist eine zeit des entdeckens alles fühlt sich stimmig und wie neu an eine neue phase der romantik und verliebtheit bricht für dich an es ist eine partnerschaft die große gaben und wertvolle lehren für dich bereithält sei offenen herzens die botschaft dieser karte lautet feiere die liebe und was sie dich lehren will also feiere die liebe bedeutet ja auch dass du die liebe genießen sollst dass du sie leben sollst und das heißt auch zeige deine gefühle zeige wie wertvoll dir deine beziehung ist oder zeige wenn du single bist wie wertvoll dein gegenüber dir ist denn wir haben ja gefühl und wir haben ein neubeginn in klarheit und wahrheit da gilt es eben die dinge die man jetzt festgestellt hat die vielleicht nicht optimal sind zu verbessern dran zu bleiben die dinge auszutarieren und mit schneller energie denke ich mal diese missstände oder was auch immer nicht so optimal läuft eben zu besprechen und zu klären also ich denke dass du vielleicht dir auch gar nicht bewusst bist wie sehr du den anderen oder die andere schätzt oder wie wichtig diese person in deinem leben ist und wenn du single bist wirst du im monat juli zumindest jemanden treffen der dich sehr anspricht und dann ist es natürlich auch wichtig zu zeigen dass du interesse hast dass du ja der person vielleicht etwas näher kommen möchtest oder dass diese person näher kennenlernen möchtest es ist ganz wichtig eben im monat der gefühle auch gefühle zu zeigen ich bin gespannt meine liebe jungfrau wie sich das für dich umsetzen lässt und wenn es was zu klären gibt eben auch liebevolle worte zu gebrauchen ja also das ist ganz wichtig nicht mit großer kritik anzufahren sondern wirklich zu schauen wo sind so die haken und ösen auf beiden seiten und wie können wir das für uns und unsere zukunft klären als single natürlich auch und da kannst du dir als single auch von deinen freunden oder näheren bekannten oder so so ein paar ratschläge einholen das kann nicht schaden wenn man auch mal so objektive meinungen hört ich denke dass du wirklich gewillt bist im juli an beziehungen und an partnerschaften wirklich zu arbeiten weil sie dir im grunde sehr sehr wichtig sind sehr schön schauen wir mal was wir mit merkel rückläufig jetzt noch haben bis zum 12 juli was für dich relevant ist da haben wir das haus das ist halt nahe umgebung heim familie und so weiter und das ist ja auch wichtig dass man in der zeit wo man falsch verstanden werden kann aufpasst was man sagt und wie man etwas sagt und auch sicherzustellen dass man richtig verstanden wird oder eben selbst auch richtig versteht ja ja ich bin gespannt was du bericht ist lass es uns gerne in den kommentaren erfahren wie das in deinem realen leben wirkt ob das für dich passt ob du wichtige informationen daraus ziehen kannst und ob du da einige einsichten gewinnen kannst ich würde mich freuen und wenn es hilfreich war über ein däumchen hoch macht das beste daraus und suche die schätze berge den schatz ja und halte den schatz natürlich auch ich wünsche dir einen schönen juli und dann sehen wir uns wenn du magst im august wieder bis dahin oder迅速 zu spätemisch blöch Vielen Dank.